Automobile Sodamans aus Wassenberg ist seit über 26 Jahren auf den Umbau von Fahrzeugen für Menschen mit Behinderung spezialisiert. Als erstes Unternehmen haben sie es geschafft, ein kompaktes Elektrofahrzeug mit 20 Umbauten für Fahrer und Beifahrer zu konstruieren. Dazu zählt auch ein Roboterarm zur Rollstuhlverladung. Der Weg zu nachhaltiger Elektromobilität ist mit dem in Aachen produzierten EgoLife erreicht und dank individueller Umbauten auch für Menschen mit Behinderungen möglich. Damit ist eine Versorgungslücke geschlossen worden. Für Automobile Sodamans zählen Mobilität und Freiheit zu den wichtigsten Gütern unserer Gesellschaft. Dank modernster Technik und dem richtigen Know-how ist das auch für Menschen mit Behinderung möglich.